...besser angekommen. Ja, also ein bisschen besser. Aber mein Kollege kann auch ein Zauberkutschstück... Muss das jetzt sein? Ja, das muss jetzt sein. Das ist ein Zauberkutschstück. Ich werde nun diese brennende Fackel vor euren Augen verschwinden lassen. Geht aber nur kurz. Die Schwierigkeit bei diesem Kutschstück ist allerdings nicht das Schornieren. Nein, nein. Das Problem ist eher, wie man wieder damit aufhören soll. Ja, ja. Vielleicht mag sich ein Mutig-Recke dazwischenwerfen. Oder wir könnten alle in die Höhe werfen und schnell wegrennen. Nein, wir könnten einfach warten, bis alle aussehen. Ja, das hat schon angefangen. Einer ist schon aus. Nein, ich habe eine andere Idee. Alle Kino? Alle Kino wird jetzt alle fast zehn einsammeln. Bist du wahnsinnig? Ja, auch schon ein bisschen. Ja, ja. Du wolltest einsammeln. Nee, du wolltest einsammeln. Nein, wir haben ausgemacht, unter der Woche sammeln ich einen unter dem Wochenende, du. Und das Wochenende treten wir nicht auf. Ja, das ist nicht mein Problem. Du hast uns jetzt unterschrieben. Ja, was steht da nicht. Ja. Ich kann nicht mehr. Ich auch nicht. Ja, ich gebe noch eine. Noch eine. Noch eine. Ja. 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 Ja.